Hallihallo Hallöchen und Willkommen zurück in der Welt der... Hm, ohne das fehlende Teil lässt sich hier wohl nicht viel ausrichten. Äh, in der Welt der tollen... Äh... Ach, nö. Ihr wisst, was ich meine. Das ist nicht nötig. Das lässt sich ganz einfach mit der Hand bedienen. Äh... Äh... Ach, ne, warte mal, es ist ein... Äh, was ist denn das? Ach, desto... Mann... Ähm... Ja... Wir sind mal wieder in Do-Spot-Wald, ne? Kennt ihr ja natürlich mittlerweile wissen, das Spiel. Ähm... Hey Spot, kannst du mir irgendwie helfen, dieses Wappen von der Wand zu lösen? Joa, nö. Schlurp! Mach ma dich fett! Plomp! Ha, ahnte ich es doch. Ein... Was wohl? Ein geheimer Mechanismus. Äh, äh, äh... Gott, oh 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 Gott. Also, jetzt bin ich zum Wandteppich. Zehn am Hebel. Noch mal am Hebel ziehen, würd ich sagen. Äh, Wandteppich. Äh, äh... Dumm, 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 dumm. So. Juhu, wir sind da. Aber, was ist bitte jetzt da? Joa, ich war grad vorher noch ein bisschen Fahrrad fahren. Gut, das wird ein bisschen ausnutzen. Ganz ein... What the fuck? Hallo, Duda. Bist du der königliche Astronom? Jotzen. Jotzen? Was soll denn das bedeuten? Ron-Bka-Z-Z-Z-Z-Z-Z-B-K-L-V-In? Was? Was? R- record-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-B-K-L-V-In? Ähm, ja, genau. Danke Ron ... Jotzen und so weiter Auch an Ilvi. Oje, der Astronom spricht offenbar eine fremde Sprache. Astronomisch oder so, Äh, ew, zu lustig, zau ich mir nochmal an. Hallo? Kannst du mich wirklich nicht verstehen? Was für ein Ding, aber ich mag das sowas, das ist bestimmt lustig. Das ist doch voll lustig. Olde Flüffel hilft? Popft! Geil. Also dann hier schauen wir uns mal das Planetensystem an. Ey, geil. Auf was für Ideen die Entwickler kommen, das wird immer krasser gegen Ende. Weil wir nähern uns ja natürlich dem Ende. Ich muss zugeben, ich bin ernsthaft eingeschüchtert. Ähm, ja, weil wir uns so langsam dem Ende nähern, wir sind ja im letzten Kapitel. Stelle ich jetzt euch die Frage, was wollt ihr danach sehen? Dem ein, zwei Zuschauern danach. Was wollt ihr sehen? An Let's Plays oder was? Was könnt ihr euch vorstellen? So. Ich möchte euch einfach auch ein bisschen in meinen Let's Plays einbeziehen. Und ähm. Ja, was habe ich denn auf dem Computer? Ich habe auf dem Computer den, um sie kennt er. Ich habe GTA 4. Ich habe L1 noch. Ich habe GTA San Andreas. Ich habe Test Drive Unlimited 2. Euro Truck Simulator 2. Scania Truck Driving Simulator. Äh. Combat Arms. Team Photos 2 kennt er auch schon. Ja, schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, was euch danach interessieren würde. Und wenn ihr jetzt kein spezielles Spiel habt, vielleicht ein Genre? Shooter? Simulator? Äh. Simulatoren? Was interessiert euch da? Das wäre mir ganz wichtig, dass ihr mir mal sagt, äh, was euch so an Genres interessiert. Fände ich sehr interessant. Und würde mich auch wirklich, äh, sehr reizen. So wie das hier läuft, könnte der sicher nützlich werden. Hm, manchmal erscheint mir das ganze Leben wie eine einzige verschlossene Tür. Oh Gott, äh, Mount Ornament, Kurbel. Nehmen wir die Kurbel. Ah, jetzt klingelt es gleich bei uns. Okay. Äh, was haben wir sonst noch? Ölschacht, Planetensystemgetriebe, Zahnräder, Brunnen. Aha. Lexika, Lexika, Türklopfer. Schauen wir uns mal den Türklopfer an. Das ist übrigens kein alkoholisches Getränk. Ist das nur wieder für ein Ding? Ein Türklopfer ohne Tür? Hm, läuft bei uns. Den brauchen wir bestimmt für da unten. Warte mal, der hat doch so will geredet. Oh je, es ist vollkommen durcheinander. Na, dann mal los. Echt? Äh, a bis g. Äh, nein, äh, v bis z dahin. Was haben wir jetzt hier alles? Äh, da hin. Ne, ne, ne. Da hin. Da hin. Vielleicht können wir jetzt mit dem reden. Ups, sorry. Bin ich wohl grad ein bisschen an meinem Mikrofon gekommen. Hallo? Kannst du mich wirklich nicht verstehen? Äh, was? Wie? Warte mal. Ich kann dich ja doch verstehen. Ah, Gott. Sogar laut und deutlich. Was für ein Glück. Sogar laut und deutlich. Hoffen wir, dass es noch nicht zu spät ist. Zu spät? Wofür? Es gibt große Probleme. Der König, der Brunnen, das Gefüge von Raum und Zeit. Moment, Moment. Eins nach dem anderen. Äh, wer, was bist du denn für ein Schrägertyp? Ich bin der königliche Astronom. Der König hätte lieber ein paar Soldaten einschwimmen können. Wo sind die anderen Bediensteten? Gebelohnen. Und was machst du dann noch hier? Was schon? Die Ruhe bewahren. Wenn die Welt untergeht, dann ist es immerhin egal, wo ich bin, oder? Aber falls ein Held kommt, um die Welt zu retten, dann wird derjenige Hilfe brauchen. Du weißt also, was zu tun ist? In der Theorie, ja. Aber bevor du dir Hoffnung machst, die Chancen stehen schlecht. Äh, wo finde ich eigentlich den König? Wo finde ich den König? Im Augenblick leider gar nicht. Er hat sich in sein Gemach zurückgezogen. Und das liegt hinter der Tür da oben? Ganz recht. Die Tür lässt sich aber nur öffnen, wenn Wasser im Brunnen fließt. Und der Brunnen ist kaputt, richtig? So kann man das sagen. Oh Gott. Oh Gott. Und was ist eigentlich los mit dem König? Was ist denn mit dem König? Es sieht nicht gut aus. Der König ist sehr geschwächt. Er benötigt das Wasser des Lebens. Aber der Brunnen ist versiegt und der Weg zu seinen Gemächern ist versperrt. Man müsste das Gefüge von Raum und Zeit wieder reparieren. Das würde sowohl den Brunnen als auch die Tür wieder zum Laufen bringen. Leider kann nur der König selbst das tun. Das klingt nach einem Teufelskreis. Es gibt gar keine Lösung. Ich sagte es ja bereits. Es sieht nicht gut aus. Was ist eigentlich mit dem Brunnen denn so falsch? Was ist das Problem mit dem Brunnen? Das Gefüge von Raum und Zeit ist hinüber. Und mit Gefüge von Raum und Zeit meinst du? Dieses Planetenmodell da, ja. Es ist ein sehr mächtiges Objekt. Es treibt nicht nur den Brunnen an, es repräsentiert auch unser Sonnensystem. Es ist ein nahezu perfektes Modell. Oh, wie spannend. Wenn man Astronom ist. Lass dich nicht täuschen. Planetenbewegungen, Tageszeiten, Jahreszyklen. Dieses Modell misst in gewisser Weise den Herzschlag unserer Welt. Dabei ist es so genannt, dass man fast sagen könnte, die Welt richtet sich nach ihm. Fest steht nämlich, dass beide Einfluss aufeinander haben. Die Welt richtet sich nach dem Modell? Ja! Ist das nicht faszinierend? Das heißt, wenn jemand das Modell repariert, wäre auch das Ende abgehalten? Theoretisch ja. Aber nur jemand von königlichem Geblüt könnte so etwas tun. Es ist einfach zu bedeutend. Aber der König setzt hinter der Tür fest. Ja. Die sich nicht öffnen lässt. Genau. Weil das Planetenmodell kaputt ist. Das ist das Problem. Himmel, wer denkt sich nur immer diese absurden Mechanismen aus? Ja, das frage ich mich auch. Ich könnte doch helfen. Du? Mach dich nicht lächerlich. Nur der König ist bedeutend genug, das Planetenmodell zu reparieren. Ja, aber der König ist nicht da. Lass es mich doch wenigstens versuchen. Was kann schon passieren? Kann die Welt etwa noch mehr untergehen? Hm. Da sagst du was. Na also. Sag mir einfach, was ich tun soll. Oh. Oh. Da gibt es gleich mehrere Sachen. Hm. Wie immer. So viel wollten wir jetzt auch noch teamen, ne? Ohne lässt es sich nicht ankurbeln. Aber was viel schlimmer ist, ist dass einer der fünf Planeten fehlt. Der Flüsterstein. Sagtest du Flüsterstein? Ja. Er repräsentiert unseren Planeten im Raumzeitgefüge. Leider ist er verschollen. Aber den haben wir doch. Ich habe noch Fragen wegen dieser Reparatur. Fragen? Was für Fragen denn? Hast du etwa nicht zugehört? Doch, doch. Aber es ist doch sehr viel Information auf einmal. Schon gut, schon gut. Wo genau drückt denn der Schuh? Äh. Ich versuch's lieber allein. Ich versuche es lieber allein. Tu das. Äh. Ich bringe schlechte Nachrichten. Nicht sehr originell in diesen Tagen. Aber was heißt? Schieß los. Äh. Mir wurde prophezeit, dass ich die Welt zerstöre. Und dann läufst du schnurstracks in die Schaltzentrale des Sonnensystems? Ich will dich ja nur ungern kritisieren. Aber das klingt nicht so, als hättest du vorher reiflich darüber nachgedacht. Äh. Und die ASCII-Plan einen Angriff. Und dann müssen wir uns beeilen. Nur der König kann uns vor den ASCII schützen. Und? Spot hat den Flüsterstein gefressen. Was sagst du da? Du weißt, wo der Flüsterstein ist? Nur in etwa. Mein Haustier hat ihn aufgefressen. Aber. Das darf doch nicht wahr sein. Wir brauchen den Stein, um das Gefüge von Rauch und Zeit zu reparieren. Ohne ihn sind wir aufgeschmissen. Ich hätte ihn lieber rechtzeitig füttern sollen. Dein Gejammere bringt uns auch nicht weiter. Lass dir besser was einfallen. Ich such derweil schon mal meinen Sitz hier Besteck. Nicht nötig. Mir fällt schon noch was ein. Ja. Ich bin kein Held. Nur ein unbegabter Clown. Oh. Ja das sowieso. Hm. Ein Clown sagst du? Ja. Kein Held? Kein Prinz? Nein. Nur ein Clown. Und nicht einmal ein besonders guter. Hast du wenigstens ein Muttermal? Oder eine auffällige Narbe? Nichts dergleichen. Tja. Das ist wirklich schlecht. Und äh. Ja. Ne? Genau. Es sieht in der Tat düster aus mein Freund. Durchaus. Gell. Äh. Nettes Horror. Hm? Was sagst du da? Schon gut. Ich glaube ich weiß jetzt was zu tun ist. Was stehst du dann noch hier rum? Los los los. Die Zeit rennt uns davon. Wir stehen hier nicht rum wir stehen hier Wodka. Halt warte mal Teleskop. Das war sicher sehr teuer. Darf ich auch mal da durchgucken? Nein. Nein. Klar. Dann halt nicht ne. Dann gehen wir halt wieder und retten die Welt alleine. Alter Sack. Scheiss Spot frisst den Flüsterstein. Aber wir haben jetzt den Türklopfer und damit kommen wir doch bestimmt den Turm da rein. Komm jetzt warte mal schneller und die Robbe soll sich schneller hinterher robben. Oh jaja. Ja. Es kreiert ganz gutes Wetter. Ich war aber wohl schon draußen, ich brauch jetzt mal kurz zur Pause. Hm. Tür. Nein, nein, nein. Türklopfernd. Türklopfernd mit Tür. So, jetzt haben wir's. What the fuck. Okay. Leeres Fläschchen. Oh, Farbmischregal. Rohrlabyrinth. Oh je, die Rohre stehen ja noch wie Kraut und Rüben. Überall sind offene Rohrenden, aus denen der Dampf entweicht. Und ich sehe nur zwei Korken. Das sollte ich schleunigst reparieren. Äh. Tch. So. 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 Jetzt haben wir schon mal das. Oh, nee. Ähm. Oh, hallo? Oh, mein Leg. Oh, Gott. So, das sieht jetzt schon mal ein bisschen besser aus. Ha. Äh. Dum, 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 dum. Nee. Nee. Hm. Himmelhilfe. Hallo, Lex. Ich hasse euch. Jetzt bräuchte ich noch einen. Das war schon richtig so. Glaube ich zumindest. was. Mann. 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 Das ist jetzt aber kompliziert. Da drüben ist ja auch noch ein Rohr. Oder? Nein. Hm. Wie funktioniert denn das bitte? Hm. Wäre das nur so einfach, wie man immer denkt, gell? Ich hab das einen Haufen Rohr. Hm. Hm. Das hier oben sieht schon eigentlich ganz... Hm. 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 Ich würde sagen, machen wir das lieber im nächsten Part. Der ist jetzt wahrscheinlich auch schon überlang. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und bis dahin. Ciao, ciao und bis bald. Ich würde sagen, wenn wir das hier oben sehen.